Ladies and Gentlemen, willkommen zu einem neuen Video, einem kleinen Special hier auf meinem YouTube-Kanal. Und kleiner Hinweis, es ist ein Auszug aus dem gesamten Block meines Videokurses zum Thema Ebenen und Masken. In diesem Video, das du jetzt auch sehen wirst, erkläre ich dir schon mal die einzelnen Buttons, die einzelnen Symbole, was die bedeuten und was sie eigentlich machen. Und die richtig, richtig coolen Insider-Tipps und die Möglichkeiten, die ihr mit den Ebenen habt und wie ihr mit dem Luminanzbereich arbeitet, was ihr mit Presets und Ebenen machen könnt und so weiter und so fort, erfährst du im Kurs. Es lohnt sich, mittlerweile mit diesem Block zusammen sind wir bei über 6 Stunden Lerninhalt. Es gibt keinen Kurs, der mehr hat. Es ersetzt, ja, wenn du mich fragst, zwei ganze Workshop-Tage und du kannst ihn dir immer anschauen, wann du willst. In diesem Sinne würde ich mich freuen, wenn du ihn dir holst und jetzt erstmal viel Spaß beim Gratis-Wissen hier. Genieß es, lass einen Daumen nach oben da, ein Abo sowieso und folg mir weiterhin für coole Videos. Bis dann, dein Philipp, let's go! Kommen wir zu einem der besten Tools in meinen Augen, die Ebenen und die Masken. Ihr habt die Möglichkeit, nahezu jeden Effekt per Maske auf euer Bild anzuwenden und somit Bilder nochmal einen ganz besonderen Effekt, einen ganz besonderen Look oder eine ganz besondere Art der Bearbeitungen zuteil werden zu lassen. Wie das Ganze funktioniert, welche Funktionen es gibt und so weiter und so fort, erfahrt ihr jetzt hier in diesem dicken Block der Ebenen. Beginnen wir ganz simpel, wie kommen wir zu den Ebenen? Wenn ihr eine Capture One Express Version habt und davon gibt es noch hier und da jemanden, dann habt ihr erstmal keinen Zugriff auf diese Funktion. Diese Funktion gibt es nur in den Pro-Versionen. Dabei ist egal, ob Sony, Fuji, Nikon oder die Pro-Pro-Version, wie ich sie nenne. Wenn ihr sie also aufrufen möchtet, dann habt ihr sie entweder hier oben bei eurem Register schon mit dabei. Wenn nicht, klickt ihr Rechtsklick auf euer Register, Werkzeugregister hinzufügen und sie nennen sich hier Anpassungen. Aber für mich sind es die Ebenen und die Masken. Anpassungen. Danach erhaltet ihr hier dieses komplette Dialogfenster. Gehen wir von oben nach unten, dann kann ich euch nach und nach erzählen, was wie funktioniert, was was macht. Als erstes habt ihr das Dialogfeld Ebenen. Hier seht ihr direkt schon mal, ihr könntet mit dem typischen gebogenen Pfeil alles resetten, wenn ihr hier schon was vorgenommen habt. Danach seht ihr die Deckkraft. Ihr könnt jede Ebene in ihrer Deckkraft reduzieren. Mein Tipp, manchmal ein bisschen mehr übertreiben und dann die Deckkraft der Ebene reduzieren. Als nächstes gibt es den Luminanzbereich. Das ist etwas, wo viele noch zurückschrecken oder gar nicht wissen, für was setze ich es ein. Aber da kommen wir später dazu. Und dann seht ihr hier Hintergrund. Das besagt, dass ihr momentan auf der Hintergrundebene arbeitet. Also jeder Effekt, den ihr jetzt ansetzt oder einsetzt oder ein Preset, das ihr auf euer Bild anwendet, würde auf der Hintergrundebene, also auf der Standard-Ebene angewendet werden. Dann haben wir hier das Plus und das Minus, eine Ebene hinzufügen oder eine Ebene löschen. Wichtig, mit der geklickten linken Maustaste auf dieses Plus drücken, dann habt ihr vier Möglichkeiten. Eine neue leere Anpassungsebene, also eine leere Ebene, in der ihr etwas hineinmalt. Dann eine neue gefüllte Anpassungsebene, das ist eine bereits komplett gefüllte Ebene, sprich euer ausgewählter, getätigter Effekt würde auf alles angewendet werden. Dann eine neue Klon-Ebene und eine Reparatur-Ebene. Hier würdet ihr eine Retusche-Ebene erstellen, sprich wenn ihr irgendwo etwas, zum Beispiel ein Grashalm wegmachen wollt oder ein Detail, das euch stört, dann braucht ihr entweder die Klon- oder eben hier die Reparatur-Ebene, je nachdem welches Werkzeug ihr hier ausgewählt habt. Der Vorteil ist, ihr könnt auf einer Reparatur und auf einer Klon-Ebene mehrere Retuschen vornehmen oder ihr erstellt euch mehrere einzelne, für die, die einfach gerne den Überblick behalten. Dann gibt es hier noch ein paar Icons und die sind ganz, ganz wichtig, Leute, werft da öfter mal einen Blick drauf. Und zwar das erste ist die Einstellung Maske. Klickt ihr mit der linken Maustaste drauf, dann seht ihr viele verschiedene Optionen. Das Wichtigste ist hier die erste, die Maske immer anzeigen, alternativ Shortcut M. Wenn ich jetzt hier eine Maske erstelle, das zeige ich euch gleich und ich drücke M, dann wird alles rot, weil alles ausgewählt wäre oder es wird gar nichts angezeigt, dann habe ich noch keine Auswahl getroffen. Dann gibt es die Option, die Maske nur beim Ziehen anzuzeigen. Wenn ihr also reinpinselt in eure Ebene, dann seht ihr die Maske nur dann, wenn ihr die Maustaste geklickt haltet. Sobald ihr loslasst, ist sie wieder für das Auge unsichtbar. Sie ist da beim Hintergrund immer noch da. Dann gibt es eine sogenannte Graustufenmaske. Die Graustufenmaske zeigt euch nur Konturen eures Bildes an. Die kann man sehr gut hernehmen für das Schärfen. Da zeige ich euch auch gerne noch was. Alternativ gibt es dazu ein YouTube-Video von mir. Und hier momentan ausgewählt, standardmäßig die Maske nie anzeigen. Wie gesagt, mit Taste M switcht ihr zwischen Maske anzeigen und Nicht-Maske anzeigen. Ein ganz wichtiger, wenn nicht sogar einer der Top 3 Shortcodes, die ihr euch hier oben merken solltet. Und dann gibt es hier noch die sogenannten Auswahlpunkte und die Pfeile. Die Pfeile beziehen sich auf die Retusche und die Klonebene, weil, sobald ihr einen Bereich einmaskiert, ihr werdet es eh noch sehen, einmaskiert, springt Capture One zu einem nahegelegenen Bereich, den er quasi an diese Stelle hinkopiert. Und ihr könnt dann diesen Pfeil mit Klick irgendwo anders hinziehen, je nachdem, ob ihr es korrigieren müsst. Das sind die Pfeile. Die Auswahlpunkte entstehen dann, wenn ihr die radiale oder die lineare Verlaufsmaske einsetzt. Ich zeige euch gleich, was das macht. Dann seht ihr diese Punkte, könnt ihr die anklicken und woanders hinschieben. Also ihr seht, ihr habt fast nie eine finale Situation, sondern seid sehr flexibel im Einsatz eurer Masken. Kommen wir zur nächsten Einstellung, nämlich diesen Pinsel-Einstellungen. Die seht ihr logischerweise nur dann, wenn ihr die Taste B für den Brush oder die Taste E für den Eraser, also für den Löschpinsel nehmt. Dann aktiviert sich dieser Pfeil hier, Achtung, zack, er aktiviert sich. Und jetzt, wenn ihr links drauf klickt, dann seht ihr ein kleines Dialogfeld. Da könnt ihr euren Pinsel komplett einstellen, wie ihr wollt. Von der Größe, das ist das hier, der Härte, also dem äußeren Bereich, sprich wie hart wird das Eingezeichnete an den Rändern, habt ihr eine schöne ausschweifende Kante oder eine sehr harte Kante. Macht zum Beispiel Sinn, wenn ihr einen Horizont irgendwo maskieren wollt, dann braucht ihr da was eher Härteres. Dann die Deckkraft. Wollt ihr einmal über eine Stelle drüber gehen und alles auswählen? Oder wollt ihr so in kleinen Abstufungen die Maske einpinseln? Und der Fluss, der sich ähnlich wie die Deckkraft verhält, der aber quasi in seinem Auftrag so ein bisschen sich anders verhält. Ich kann das ganz kurz mal zeigen. Ihr seht gleich mal, eine neue Ebene habe ich gemacht, indem ich auf das Plus klicke. Jetzt drücke ich die Taste M und jetzt machen wir es folgendermaßen. Ihr seht, mit Rechtsklick mache ich mein Dialogfeld erneut auf und wir machen jetzt hier 20% Deckkraft. Und ich pinsel die mal hier drüber. 20% und mache ich das zweimal übereinander, dann wären es logischerweise 40%. Und das Gleiche kann ich machen hier mit meinem Fluss. Und ihr werdet es gleich sehen in seiner Zusammensetzung. Ich hoffe, man kann es jetzt hier einigermaßen erkennen. Hier 20%, 40%. Ihr seht, der Fluss verhält sich, obwohl er vom Wert gleich eingestellt ist, ein bisschen härter, ein bisschen stärker als die Deckkraft. Also wenn ihr bereits, ich sag mal, was einmaskieren wollt, was gleich mal ein bisschen mehr stark ist und von seiner Form oder von seiner Beschaffenheit gleich ein bisschen, ich sag mal, dichter ist, nehmt den Fluss. Ich spiele ein bisschen, es gibt da jetzt für mich keinen Erfahrungswert, was besser ist. Deckkraft dürfte den meisten geläufiger sein, dann nehmt ihr halt die Deckkraft. Und dann habt ihr hier noch vier kleine Buttons. Es gibt hier Airbrush, es gibt den Stiftdruck verwenden, automatische Maskierung und alle Pinsel verknüpfen. Fangen wir beim leichtesten an, alle Pinsel verknüpfen. Das bedeutet, wenn ihr jetzt hier diesen Haken aktiviert und ihr macht einen Pinsel, der ungefähr so aussieht mit einer sehr großen oder mit einer sehr weichen Härte und Deckkraft 55, Fluss 100 und ich wechsle jetzt mal mit E zum Löschpinsel, drücke wieder E, dann seht ihr schon, hat es die gleichen Werte. Also, ihr nehmt die gleichen Werte, die gleichen Einstellungen und wenn ihr dann switcht zwischen einmaskieren und ausmaskieren, habt ihr dieselben Werte und müsst euch da nicht konzentrieren, was habe ich hier, was habe ich da, größer, kleiner und so weiter. Sehr praktisch. Kommen wir zur automatischen Maskierung. Die automatische Maskierung soll dir dabei helfen, gewisse Bereiche, zum Beispiel jetzt in meinem Fall hier, den Horizont oder den Wald vor dem Horizont zu maskieren, ohne dass andere Bereiche ausgewählt werden. Das gleiche könnte für harte Konturen oder wie auch immer gelten, also es soll dir einfach helfen. Ich klicke das Ganze hier mal an und wähle jetzt hier meinen Brush, also B und ich mache mir hier eine sehr harte Pinselkante, Deckkraft 100% und eine Pinselgröße, die ist gar nicht so groß, ich sage mal so. Und jetzt könnt ihr hier einfach mal ins Bild reinzeichnen, wir wollen jetzt einfach nochmal diesen Horizont, die Berge und den Wald markieren. Dann dauert das ganz kurz, je nach Hardware, ein bisschen länger oder ein bisschen kürzer und dann maskiert ihr mir das oder in diesem Falle maskiert ihr es mir nicht korrekt genug. Das ist leider so ein bisschen ein Zufallsprinzip. Bei mir funktioniert es meistens immer dann, wenn ich es privat benutze. Gut, wenn ich es für ein Videotraining oder wenn ich hier für so ein Erklärvideos benutze, funktioniert es gar nicht. Aber, erfahrungsgemäß, funktioniert der Löschpinsel hier besser als der InSpit-Malpinsel. Deswegen habe ich mal schnell umgeschaltet auf E und gehe jetzt hier entlang, habe hier so ein bisschen festlanden mit rein. Zack und ihr seht schon, jetzt hat er hier so eine automatische Maskierung vorgenommen. Ich versuche es nochmal mit reinpinseln und hier, vielleicht hier drüben, wieder mal nicht. Kein Problem. Zack, ihr seht, das Löschen funktioniert eindeutig besser als das Hinzufügen. Aber ich meine, solange irgendwie einer der Wege funktioniert, warum nicht? Das ist also die Hilfe des automatischen Maskierens. In meinen Augen eine nette Spielerei, aber für den professionellen Betrieb, zumindest in der Version, bis hier Version 21, nicht zu gebrauchen. Ein kleiner Tipp an dieser Stelle, den ich unbedingt mal loswerden möchte. Ihr könnt euch mithilfe der Shift-Taste einen kleinen Vorteil beim Einmaskieren oder beim Ausmaskieren machen. Und zwar, passt mal auf, ich will hier, sagen wir mal, eine Linie relativ gerade maskieren. Ich ziehe sie jetzt mal mit der Hand und ihr seht schon, ich kann hier, je nach Mausführung oder Tablet oder wie auch immer, ich komme hier nie gerade. Das ist leider so. Aber ich habe da einen tollen Trick, nämlich, ich halte die Shift-Taste, klicke hier auf meinen Anfangspunkt und hier zu meinem Endpunkt. Schaut mal, bam! Und er zieht hier sofort eine komplett gerade Linie. Und da seht ihr schon, wenn ich das mache, hier mit meiner Shift-Taste, dann kann ich hier reinklicken und er zieht immer vom Anfang zum Endpunkt eine gerade Linie. Sehr praktisch, kennen viele nicht. Ich bin ein Riesenfan davon, Shift-Taste. Dann, als nächstes gibt es hier noch den Stift-Druck verwenden. Das könnt ihr dann benutzen, wenn ihr ein, zum Beispiel, Vakuum-Tablet habt. Dann ist der Vorteil, umso fester ihr drückt, umso fester wird diese Linie hier. Also, was die Deckkraft zum Beispiel betrifft. Oder was die Größe angeht. Ich kann das jetzt hier leider nicht simulieren, weil ich kein Tablet angeschlossen habe. Probiert es gerne selber mal aus. Hier wird es nochmal ein Video geben, wenn ich einfach mal die Zeit habe, mir ein Tablet anzuschließen. Aber das soll normalerweise jetzt hier eine kleine Info sein. Kommen wir noch zu Airbrush. Auch das hier, ihr seht, der Airbrush-Aufbau-Effekt, so wird er genannt, ist im Prinzip ähnlich. Wenn ihr das dann mit einem Tablet macht, habt ihr hier ein bisschen mehr Kontrolle und könnt so ein bisschen weicher die Maske ins Bild übertragen. Eine kleine Ergänzung zum Thema Pinselgröße. In der Version 21 ist dieses Dialogfeld eigentlich mehr oder minder abgelöst worden durch einen viel schnelleren Prozess, den ihr vielleicht schon von anderen Programmen wie zum Beispiel Photoshop kennt. Und zwar habt ihr euren Pinsel mit B ausgewählt, alternativ auch gerne den Eraser, also den Löschpinsel. Das könnt ihr machen, wie ihr wollt. Und jetzt gibt es verschiedene Tasten und die Mausbewegung, die dafür sorgen, dass wir die Pinselgröße vergrößern, verkleinern, die Härte verhärten oder weicher machen, die Deckkraft verringern oder auf 100% stellen oder dasselbe mit dem Fluss anstellen. Wie funktioniert das Ganze im Detail? Es ist ganz einfach. Wir beginnen mit der gedrückt gehaltenen Alt-Taste, mit der gedrückt gehaltenen rechten Maustaste und dann ziehe ich hier meinen ausgewählten Pinsel mal nach rechts. Ihr seht schon, die Größe wird größer, nach links die Größe wird kleiner. Wenn ich das Ganze jetzt nach unten ziehe, dann verhärte ich die Kanten, die Außenkanten, also ich gebe Härte hinzu und wenn ich das Ganze nach oben schiebe, dann seht ihr, wie die Härte sehr weich wird. Wenn ich jetzt das Ganze loslasse, meine linke Hand lässt die Tastatur los und ich halte jetzt die Shift-Taste, dann schiebe ich nach oben und erhöhe oder verringere den Fluss oder nach rechts erhöhe. Erhöhe und nach links verringere ich die Deckkraft. So einfach ist es. Ihr braucht also nur die Shift oder die Alt-Taste, je nachdem und kennt das dann bestimmt eben wie beispielsweise Photoshop. Finde ich super, weil man nicht mehr jedes Mal rechts klicken muss, die Größe einstellen muss, warten muss, bis das Fenster weg ist, sondern ihr klickt Alt-Taste links. Also rechte Maustaste nach links schieben für den kleineren Pinsel und dann könnt ihr hier die Kanten schön sauber ausmaskieren und sagt dann, let's go, in die Größe rein, bam, großer Pinsel, zack und schon maskiert hier unten. Also eine tolle Ergänzung, um diese Funktionalität der Ebenenmaskierung noch schneller zu machen. Kommen wir jetzt zum nächsten Tool, der linearen Verlaufsmaske. Sehr, sehr praktisches Werkzeug. Wie funktioniert das Ganze? Ihr seht, ich habe wieder mal keine Ebene angewählt, bin auf meiner Hintergrund-Ebene und jetzt seht ihr, habe ich hier ein Plus in meinem Bild. Ihr seht, ich drücke mit der linken Maustaste, halte diese und ziehe einfach mal von unten nach oben, denn wir wollen den unteren Bildbereich aufhellen. Und ihr seht sofort, es bilden sich drei Linien. Die obere Linie, die mittlere Linie und die untere Linie. Jeder davon hat eine Funktion. Fangen wir mit der oberen an. Hier bestimmt ihr erstmal, wie weit eure Maske ins Bild reinragen soll. Dann, hier habt ihr die Möglichkeit, bei der Mitte, da seht ihr so einen kleinen Rotationspfeil, da könnt ihr die Maske jetzt umdrehen oder hier seitlich kommen lassen, wie auch immer. Ihr könnt also drehen. Und eine sehr wichtige dritte Linie, wenn ihr die nicht sofort seht, klickt hier bitte geklickt auf den gelben Punkt und schiebt das so ein bisschen nach oben, dann seht ihr die untere Linie. Und die ist jetzt besonders wichtig, weil wir wollen ja nicht, dass unser Effekt, den wir jetzt gleich auf diese Maske hier anwenden werden, zu weit nach oben, also in den Himmel ragt. Deswegen werde ich diese Maskenkontur relativ hart machen. Und dazu schiebe ich das Ganze nach oben. Ihr seht, hier diese Kontur wird jetzt sehr hart. Und mit der oberen Maske oder mit dem Punkt, je nachdem, könnt ihr das Ganze jetzt nach unten ziehen. So, ich mache sogar noch ein bisschen härter. Und jetzt bin ich hier schon sehr, sehr, sehr gut. Ich mache vielleicht sogar wieder einen Ticken weicher. So, lasst es ein bisschen outfaden. Da könnt ihr euch ein bisschen spielen. Und jetzt drücke ich wieder die Taste M. Maske ist unsichtbar. Und wenn ich jetzt zum Beispiel hier Helligkeit anwähle, dann seht ihr schon, dass dieser Effekt nur auf den roten Bereich angewendet wird. Kleiner Quick-Tipp. Ihr kennt mich, ich liebe Quick-Tipps. Wenn ihr mit dem Rechtsklick auf eure Ebene klickt, dann erhaltet ihr hier ein Dialogfeld. Ich will euch das ganz kurz einmal zeigen, weil es wichtig ist. Wichtigste Funktion erstmal ganz unten, das Umbenennen. Ihr könnt also jeder Ebene einen eigenen Namen geben, um zum Beispiel bei 5 oder 10 Ebenen nicht den Überblick zu verlieren. Das zweite ist die Maske löschen, die Maske umkehren. Die Maske füllen und das Rastern. Maske löschen ist klar. Maske umkehren. Zack. Würde sie jetzt eben hier nach oben, also in den Himmelsbereich invertieren quasi. Finde ich praktisch. Geht schnell. Maske füllen. Ihr seht, jetzt müsst ihr hier auf Rastern klicken. Ich erzähle euch gleich, warum Rastern. Jetzt würde er hier das ganze Bild wieder mit einer Maske füllen. Euer Effekt wäre weg. Dann gibt es hier Rastern selber. Was macht Rastern? Es gibt drei Masken-Effekt-Arten, die ihr rastern könnt, um sich später nochmal manuell zu verbessern. Das ist das lineare Verlaufswerkzeug, das radiale Verlaufswerkzeug, also eine Kugel. Und der Luminanzbereich. Die zwei letztgenannten zeige ich euch gleich. Die wendet ihr aufs Bild an. Und ihr seht schon, wenn ich jetzt zum Beispiel hier noch ein bisschen was hinzufügen oder wegnehmen möchte, dann kommt dieses Dialogfeld. Wenn ihr jetzt auf Rastern klickt, könnt ihr die Maske verbessern, könnt aber danach nicht mehr zurück, hier in dieses Optionstool, um die Maske zu verändern. Also dann ist dieser eingestellte lineare, radiale oder Bereichs-Luminanzbereichstool oder Werkzeugsbereich, ist dann durch. Ihr könnt nicht mehr zurück. Deswegen überlegt euch das gut. Es gibt dann noch die weiche Maskenkante, auch hier, seht ihr gleich. Das könnt ihr machen, ohne zu rastern. Das kann ein bisschen Performance ziehen. Da wird dieser Übergang hier, dieser Endbereich, entweder minimal härter, gar nicht härter oder weich, meine ich, oder sehr weich. Damit könnt ihr die Maske so ein bisschen outfaden lassen, wie man so schön sagt. Ich lasse das jetzt einfach mal hier. Es gibt noch eine zweite Option, nämlich die Maske verfeinern. Die Maske verfeinern ist fast so ein bisschen was, wie bei den Pinseln, dieses automatisch maskieren. Es erkennt dann eine gewisse Struktur, eine gewisse Kante und legt sich über diese Struktur. Und das kann hier bei diesem Horizont eigentlich ganz schön sein. Das mache ich jetzt nochmal wie folgt. Ich wähle den Wald mal mit aus. Ihr seht schon, meine Auswahl, die ragt jetzt gut über den Horizont raus. Und jetzt klicke ich auf Maske verfeinern. Und schau einfach mal, was passiert. Auch hier kann der Effekt je nach Stärke so ein bisschen länger laden. Und mein Tipp, zieht die Regeln Capture immer ganz nach oben und ganz zurück, damit ihr den idealen Effekt seht. Und jetzt seht ihr schon, es passiert so ein bisschen was ähnliches, wie bei Maske weicher zeichnen. In dem Fall hat es jetzt gar nicht so viel gebracht. Wir werden das Ganze nochmal ein bisschen reduzieren. Denn hier, er soll wirklich so ein paar Strukturen erkennen. Ansonsten nehmen wir noch mal ganz kurz ein anderes Bild dafür. Weil je nachdem, was für ein Bildtyp ihr aufgenommen habt, kann es echt praktisch sein. Also das gleiche nochmal. Maske verfeinern. Lassen wir ihn wieder kurz laden. Vorher und nachher. Und jetzt seht ihr schon hier, wie er sich wirklich um diese Landschaft hier bei dieser Kante schön rumgeschmiegt hat. Also es ist nicht mehr einfach so ein Ladefade, irgendwo hingehendes Maskenkonvolut, sondern er hat jetzt Strukturen erkannt. Wo man das auch ganz gut erkennen dürfte, wäre dann nochmal bei diesem Bild hier. Ich pinsel einfach mal ganz entspannt hier so ein bisschen was in diese Felsen rein. Und mache das gleiche nochmal. Hier, Maske verfeinern. Jetzt hat er natürlich auch noch mein Auto-Masking angehabt. Das wollten wir nicht. Also Maske verfeinern. Und jetzt passt mal auf. Hier, 0. Und jetzt 100 oder 300 sogar. Und ihr seht hier, das ist das, was ich gemeint habe. Hier sieht man es sehr gut. Er erkennt jetzt gewisse Schatten oder gewisse Konturen und legt sich dann wie so eine Art Struktur hier um diesen Bereich. Schaut mal. Vorher, nachher. Vorher, nachher. Welchen Effekt haben wir dadurch? Dass zum Beispiel, wenn wir jetzt einen Kontrast hier einsetzen oder eine Klarheit, wir auch so eine Dreidimensionalität bekommen. Weil diese Maske nicht einfach nur ganz plan über dem Bereich liegt, sondern weil er sich Strukturen, weil er sich Kontraste erkannt hat und wir diese jetzt verstärken. Also ich finde hier eine ganz coole Sache, um Sachen einfach hervorzuheben. Da hat man es jetzt sehr gut gesehen. Gehen wir nochmal zurück hier auf den, auf diese, ja, ich sage mal auf diese Radiale, auf diesen Kreis hier. Und damit kann man auch coole Sachen machen. Ich resette das Ganze nochmal. Lasst uns doch mal einfach hier in diesem Bereich so einen Effekt gerne erinnern, als ob hier eine Sonne gerade auf oder unter geht. Dazu ziehe ich jetzt einfach mal ins Bild. Ihr seht, ziehe ich es nach rechts, wird es sehr oval. Ziehe ich es jetzt noch nach unten, gehe jetzt immer weiter Richtung Kreis. Ganz praktisch für die, die sehr akkurat arbeiten wollen. Mein Tipp gleich zu Beginn, die Alt- und die Shift-Taste geklickt halten. Hier. Dann habt ihr von Anfang an einen Kreis, der proportional größer wird. Und wenn ihr, ich resette immer wieder, damit wir wieder den Ausgangsbereich haben. Wenn ich nur die Shift-Taste klicke, dann seht ihr schon, bleibt diese Auswahl auf der Stelle, auf die ihr geklickt habt. Und wird auch groß und rund. Auch sehr praktisch. So. Und dann zeige ich euch mal die Maske. Alles, was jetzt hier in dem Fall rot wäre, wäre quasi maskiert. Euer Effekt würde auf diesem Bereich angewendet werden. Und dann könnt ihr auch hier wieder Rechtsklick, Maske umkehren machen. Und jetzt liegt der Effekt auf dem äußeren Bereich. Und alles, was in diesem normal aussehenden Bereich liegt, wird nicht maskiert. Das müsst ihr unbedingt wissen. Da kann man ganz tolle Effekte machen. Und wie gesagt, wir haben ja gesagt, wir wollen hier so ein bisschen die untergehende oder aufgehende Sonne darstellen. Ein einfacher Tipp. Eine kleine Ovale. Die lege ich mir hier. Relativ mittig auf diesen Horizont. Dann drücke ich wieder die Taste M. Und wir fügen einfach ein bisschen, ich sage jetzt mal, lass uns ein bisschen Helligkeit hinzufügen. Helligkeit und gerne auch hier, ja so einen, ich sage mal hier, so einen Weißabgleich, den ich sehr stark ins Warme ziehe. So. Wir machen das ein bisschen übertrieben, dass ihr seht, was ich meine. Und jetzt könnt ihr das so lassen und machen mal so ein Vorher-Nachher. Jetzt habt ihr hier so einen schönen, warmen, zentralen Bereich. Und wenn ihr sagt, du, das soll eigentlich nur hier auf den, auf den hinteren Bereich, als ob die Sonne gerade da hinten aufgehen würde. Dann nehme ich jetzt die Taste E, den Eraser, deaktiviere mal hier automatische Maskierung. Macht das Ganze noch ein bisschen kleiner. Shift-Taste halte ich gedrückt, klicke ins Bild, er meckert. Ich sage, okay, ich möchte nichts mehr daran verändern. Ich rastere das Ganze jetzt einmal. Und jetzt Shift-Taste geklickt halten, hier nach rechts, zack, 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 zack. Also alles, was ich jetzt quasi hier voll maskiert hatte, ist jetzt nicht mehr maskiert. Jetzt habe ich nur noch so einen schönen Schein nach hinten. Den könnt ihr jetzt auch natürlich jederzeit noch mit einer ganz weichen Kante ein bisschen Deckkraft hier noch so ein bisschen vergrößern. Schaut mal her, so die Sonne, sie geht weit breit auf, schön warm. Und jetzt sagt ihr natürlich, oh, 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 okay, ja, aber es ist nicht sehr ästhetisch. Es ist nicht sehr schön weich. Aber wir wissen doch, wie wir das Ganze jetzt weicher machen können. Rechtsklick, weiche Maskenkante. Ihr könnt auch gerne die Maske anzeigen lassen oder nicht. Den Wert auf 100 und vorher, nachher, sieht schon besser aus. Das Coole an der ganzen Geschichte ist, ihr könnt diesen Effekt mehrmals anklicken, um so nochmal einen Ticken weicher zu werden. Probiert es einfach mal aus, spielt euch ein bisschen. Ist nämlich übrigens öfter so, dass ihr manche Effekte per Ebene öfter anwenden könnt. Ich zeige euch da noch einen kleinen Quick-Tipp. Also hier in der Mitte jetzt meine warme, aufgehende Sonne. Und wenn ihr sagt, du, das ist mir immer noch ein bisschen zu extrem, dann macht ihr den großen Pinsel schön groß. Weiche Deckkraft. Und dann geht ihr hier wirklich ganz an den Rand. Ihr seht so diesen Zwischenbereich zwischen ganz außen und der gestreifelten Linie. Hier, den lasst ihr über den Rand drüber gehen. Und so könnt ihr nach und nach, mit jedem Klick und so ein bisschen hin und her, könnt ihr das Ganze noch so ein bisschen weicher machen. Und wir haben hier gelernt, Deckkraft, wenn uns das Ganze noch ein bisschen zu unnatürlich ist, reduziere ich das Ganze. Und jetzt schaut mal, wie ich hier so eine ganz schöne, warme, gebogene Lichtkante bekomme. Ganz simpel, mit ein paar Klicks und vor allem hier meinem radialen Verlaufswerkzeug. Dann gibt es hier noch drei Symbole, die schauen wir uns auch an. Einmal die Reparaturmaske, alternativ mit Q. Die seht ihr hier oben, aktiviert sich das Pflaster. Das funktioniert wie folgt. Ich schaue mal, ob ich da auch ein kurzes Beispiel habe. Nehmen wir mal. Nehmen wir mal hier dieses Bäumchen hier unten. Okay, also auch bei der Reparaturmaske oder dem Kopierstempel habt ihr natürlich die Möglichkeit, euren Pinsel einzustellen. Rechtsklick, ihr seht Einstellung des Reparaturpinsels. Und jetzt gehe ich hier auf eine kleinere Einstellung. Nicht zu weich, nicht zu hart, das ist mein Tipp hier. Also so 40 bis 70. Und jetzt lasst uns hier diesen Busch, den wollen wir weg haben. Wichtig ist, was ich jetzt falsch gemacht habe, unbedingt Deckkraft und Fluss auf 100%. Unbedingt, weil ihr wollt, wenn dann, alles retuschieren oder gar nichts. Jetzt mache ich das nochmal neu. Ich klicke hier ins Bild. Und Capture One sucht jetzt einen benachbarten Bereich, der an dieser Stelle kopiert werden könnte. Wir wollen ja gar keinen Baum. Deswegen, ihr seht, ich ziehe jetzt den Pfeil, den wir vorhin ja besprochen hatten. Den ziehe ich jetzt einfach mal hier ein bisschen entlang, schaue, wo es ungefähr passt. Und wenn ich loslasse, verrechnet Capture One das Ganze. Und schon haben wir hier keinen Baum mehr. Und ihr könnt diese Ebene jederzeit ein- und ausblenden. Umso genauer ihr das macht, teilweise umso größer oder kleiner der Pinsel ist, funktioniert das besser. Aber für so schnelle Korrekturen in einem Raw-Converter, das muss man immer wieder dazu sagen, klappt das schon sehr gut. Und hier am Feld sind zum Beispiel noch so ein paar kleine Beschädigungen. Ihr seht, ich pinsel ganz, ganz easy going hier einfach drüber. Und schon habe ich hier eine Retusche gemacht. Alternativ dazu noch kurz der Kopierstempel. Den aktiviert ihr über diesen Button oder über den Shortcut S. Im Prinzip verläuft die ganze Geschichte ähnlich. Aber ihr könnt mit der linken Alt-Taste, die ihr gedrückt haltet, und einem Klick in dem Bereich, den ihr gerne auf einem Bereich kopieren wollt, das Ganze noch härter, noch echter vornehmen. Ich zoome ein bisschen ins Bild rein. Ich glaube, dann tun wir uns leichter. Ich gehe nochmal zu diesem Busch. Und ich sage, pass auf, diesen Bereich hier, ihr seht, das ist ja auch so ein kleiner Kreis, möchte ich kopieren. Und zwar hier auf diesem Bereich. Und jetzt seht ihr schon, es funktioniert genauso, wie gerade eben mit dem Reparaturwerkzeug. Aber er kopiert mir jetzt hier wirklich eins zu eins genau diese Quelle. Und ich kann es mal anmachen, vorher, nachher. Ihr seht, er verrechnet da auch nicht so schön. Das macht vor allem Sinn, wenn ihr harte Konturen, wenn ihr Strukturen kopieren müsst, zum Beispiel Pflastersteine oder irgendwelche Gitter oder wie auch immer. Dann könnt ihr lieber den Kopierstempel als das Reparaturwerkzeug benutzen. Aber alleine, dass das möglich ist, das geht seit Capture One 20, finde ich super. Hat mir auch hier und da schon echt Zeit gespart. Und zu guter Letzt, hier ist dann noch der letzte Button, der einfach unser Löschpinsel ist. Ihr seht, er aktiviert sich auch, indem ich E drücke. Das hier ist einfach der Eraser hinten versteckt. Ich persönlich hätte ihn halt gleich neben den Brush gepackt, aber ist halt Capture Ones Geschmackssache. Das waren also mal die Einführungstipps, die Basic-Erklärungen. Und jetzt bist du bestimmt gespannt, wie es weitergeht, was ich für Geheimniswissen habe zu den Funktionen, wie du sie untereinander kombinierst. Ich würde sagen, Videokurs holen auf meiner Website, hier unten in der Beschreibung. Let's go! PS, man munkelt, es gibt einen kleinen Rabatt in meinem Newsletter. Klick auf meine Homepage, du wirst es finden. Ciao! PS, man munkelt, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!